stufe 68 ich habe gehört ihr macht gibt schon hat gefällt mir ja jetzt schon da kommt er mal nach hause gefängnis reingetreten auf die tür so zugehen müssen reingetreten aber kommen wir die gar nicht gerade wenn die tür noch zugegangen oh god was ist denn hier los noch mehr gegner der ritter der reue ok geht der typ auf einen einsamen skelett krieger darauf ich bin noch nicht genau den wir nicht haben ganz gelang ist so ein großer typ auf deinen einsamen skelettkrieger also ich bin da relativ schnell ich moment kommt doch nichts nerviges bisher irgendwie dahin sehe ich was nervig ist das feuer also weg aber keine rückzug ja schon wieder mit dem feuer wieder ich habe noch 70 prozent feuer wieder stammen warum hast du mir so viel schaden okay bitte den werter nimmt den werter schlüssel liegt irgendwo einer getötet okay hier sind noch geht hat der buch an den gibt es ja auch noch ja noch gar nicht dran gedacht ich habe ich mir voll den fuß breche wenn ich diese diese eisen golems hier versucht zu treten ja man aber feuerexplosion das hat mich einmal damit gestreift ich muss einfach so zu tanken aber mein gesicht schnell kaputt ist es so besser ja wenn den schlüssel wir heute sind aber sowas von nervig ja diese feuertypen ich kann nicht mehr an die herangehen ich auch nicht und ich kann was die distanz an das wird schon heißen ich töte mich mit einem schlag ich bin auch nicht bereit ich habe nie mal gedauert naja schon wieder jemand so was nämlich schon ich bin tot unser blitzding getötet naja hat und so geht kaputt das dinge ach ja ich komme gleich was mich die war noch wieder kommt gleich noch mehr gegner nein die nehmen noch schaden auf zeit wir haben nur noch ein zwei ap ja ich habe einen eintrink ja ich habe auch trank außer ich neue namen ich habe acht mehr davon die bringen wir aber auch nicht immer achtmal mehr wie du das war ich in der animation dann soll ja ich habe einen daumen nach oben wenn ich dich wieder das war ich in der animation dann soll ich doch mein partner wieder belegen wer will hier aufs maul wer jetzt da ich muss fliehen ich habe null tränke gibt mir jemand mal entlang ich bin tot ob das nicht nein da bist du eingeschränkt da ich sehe jetzt hat er wahrscheinlich macht der nächste von nur eine bei der bosner der war so gut wie dort ich muss sagen das macht schon vorhin sagt die glückrand das war feuer ganz ruhig damit nicht gesehen da war hier weg du fall nicht da schon wieder blitztürme ich bin tot ich bin noch nicht bereit eine sekunde eine sekunde und wieder abhauen heute meine einzige slowly tot ich habe den weggetreten wieder ein klo ich bin auch weg ich war jung und braucht ihr die tränke also war mein gott über staub der a4 durch durch ich komme nicht durch ich bin tot ich muss ich werde wieder der kettbekaner ich werde wieder weggetreten oh gott ich werde wieder weggetreten nein 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 ich hätte gerne etwas rüstung und gleich etwas widerstand king gift ja ich würde droppen gehört ich werde wieder weggetreten ich werde wieder da war ja exklusiv ich glaube das war einfach überall rot man zwei bosse naja aber tun die bei mir noch vor der explosion hinpacken ich bin doch schon tot da war das glätte warum rennen wir nach oben und damit kommt so klar ich werde den einen den habe ich gleich wenn jetzt nicht passiert dann kann ich den vielleicht sogar einer hat sich teleportiert ich habe es gemerkt ich habe es voll ab aber wenn ich mit feuer beballert eben gut an und kommen der hatte noch die hälfte hat sich in der ersten mal gesehen da ist er jetzt bei mir ich weiß ja sehe ich den kampf wenigstens war wasser wollte geschehen entlang ok interessant das an dieses feier bei nach wo kann wir haben selber die türen geöffnet clever also tagebuchseite oh gott was ich noch vor ein gerannt wird ein schadender typ er ist sogar mut da wäre das verfalle aber es hat die abklingzeiten werden reduziert nein aber ich war irgendwie falsche tot es war definitiv nicht das schreien der unverwundbarkeit ok sie mit nach der namen ja der hat mich mit feuer voll gespuckt er hat mich angefordert mit feuer aber naja wir sind noch nicht mal hier ja er kommt schon das neue entschuldigung hatte da war die gifte ist durch die tür ganz bevor die war offenbar schuldet so ein kleiner fußi meine augen nicht überall wenn ich mich auf den vulkan konzipiert dann gucke ich nicht auf die gegner ich habe die gegnerkugel im morgen massaker der massaker macht seine leute noch ich habe es gesehen ich wollte gerade noch weg rutschen aber das hat auch nichts mehr gebracht der tötet so schnell hier kann ich jetzt nichts machen geht bloß weg mit dem feuer da war aber aber ich bin ja ja man müsse entschuldig halten mein gott ich schmeiße nur mit halber gefängnis drauf jetzt geben wir ihn jetzt geben wir ihn andere zeichern für den street brawl mit dem ah ja gott die powers nein dann ist ein gott weil er heißt so gott die powers also ich sehe nicht ok wir haben alle an die musse aber wir werden ja xm versorgen was zeit ja was geht ja die bootleg version von dem er ist irgendwie lahm ich hatte heute schon nur stärker ich habe den ich muss oh vielleicht möchte ich das hier hoch auf wollte fähigkeiten okay habe ich einen neuen panzer muss ich immer noch damit umlaufen am unterlehrlingszauberstab des höchsten wir wissen immer voll ich habe nur sachen weg geworfen natürlich auseinandernehmen oder sache es goldener schalter soll dabei auseinander nicht nur material also ich bin noch nicht bereit was er ist auch langsam nicht mehr so aktuell so allein die zwei stunden durch zerfleischen was ist der fleisch ein akt der gewalt dann macht er nicht schinden also fleischender nein johnny macht das nicht ich habe auch mal einen besseren ring du bist schon weil er nicht jeder stärkste ich werde nicht was du noch für bessere immer noch was ich nehme auch noch dicke schaden ja genau du nimmst halt nur dickeren schaden ich habe einen auf 69 alftron portal monster blutungsstahl wieder stehen feuer und aufhalts zu machen monster klingt gar nicht mal so schlecht so bedrohlich auf den ersten blick ich muss warten vorrangige beobachtungsgabe also viele sachen sind auch von seinem bot gar nicht mehr übrig die schmiede ist heiß als etwas bricht jetzt auch manchmal wo ich hin will ich habe die beiden gift resistenten noch und dann war ich auch nicht da ich doch in anderen knoten erreichen werde ja sein aber das hat schaden über zeit auch brauche ich nicht weil sie auch nicht wo ich hin soll hier hin ja ich versuche noch intelligenz zu kriegen magst du mal der fuhr von solch der namen ich weiß was damit seiner gut an natürlich hier in den dingern mehr stärke ich habe welche werte ich noch brauche so meine sachen ja die effekte zu aktivieren und dann vielleicht brauchen wir mehr willenskraft zum überleben geschicklichkeit da brauche ich nicht in der stand gegen alle schadensarten geschicklichkeit und willenskampf meine ganzen knoten jetzt sagt ich besser ja 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 mit den kindern in den basket in den kopf kommt genau ja 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 ich bin fertig was er in der rüstung repariert dann gehe ich schon mal die ganze drei plätze der legion in zwei minuten also was machen wir das ich habe sagt in zwei minuten gute frage natürlich nicht unterdruck da sonst werde ich ausrasten ich gehe schon mal hin teleportieren zu mir nicht so lange nicht auf maximal überschreit pvb gebiet warum weiter war es da kein teleporting in der nähe ist auf voll weit entfernt war für den leuten mit unserem bild ich bin meiner fackel an meinem pferd war meine reparieren ja warum sind ja schon gegner was macht die fertig boy hey ich bin an lagerfeuerein ich weiß nicht was das bedeutet aber das tor nein ich du du grieger und war schon für den wir nichts mehr haben privat profil der trick gar nicht irgendwie was am oberkörper außer der hat dann irgendwie so z mäßig eingestellt das ganze nicht gucken weil er auch nicht privat die blaue baronen das noch ein paar sekunden so nebenbei ich bin da ja dann bin ich auch stufe 15 ja ja ich muss kurz meinen tank auf so jetzt können wir weiter der für plasma kurien um sich kann ich bin noch nicht bereit ich habe nicht genug mein gott wenn wir alle lagen gezogen ein däner der hölle ist das schlacht beigetreten ja wir geben euch voll also entspannt hier irgendwo hinzugehen wo nicht irgendwie die gegner bei level sind und kann aber die ganzen anderen dann ist es da aufgaben wie man nicht die man einfach dadurch kann man gucken wie viel war so in einem park schaffen ich bin hierher gekommen sind total tot ja mein gott ja schon weg jetzt gestorben aber das wäre auch mal was übrig ich will auch etwas ran tor wurde getötet nein hatte er wollte schon gegen warschein oder so kämpfen 50 ich habe leider 75 zum ersten mal ein dierer der hölle ist ein schlacht beigetreten das meint muss auch wurde getötet nein das macht ihr denn heute findet den anführer da wo es am blicken ist ich muss warten fange da ein radio zu mal ja die geile des landes ich habe ich habe zügel bekommen von fährt verwende diese zügel um das spektrale streit raus ich habe glaube ich ja meinst du sind geistern ist spektralen dann gehen wir mal nächste dann versuchen ich habe auch noch ein 18 60er ich habe 69 portal monster blutung schaden monster wieder stehen feuer und unverhaltsame monster ja habe ich sowieso nicht deswegen sagen ja und das jetzt nicht so es klingt nicht so schlimm ich bin beifall gelassen der pfad der blinden ich sehe nicht ich könnte ihren vater folgen und die blind sind ich kann auch auf die zu retten ja dann hätte diese blöden insekten ich tritt die weg leute geht mal ein bisschen weg hier heißen also ein albtromportal da ist ein portal bei mir so ein albtromportal da ist jetzt auch ich bin ja nicht eigentlich schwör ja vorhin gesehen wir nein das ist immer noch da gibt es dann aber aber für mich besser und ich freue mich aber auch gott zwei explosionen warum einer zwei explosion ich habe jetzt nicht dafür sollte der die angst machen wenn er nicht platt machen sondern ein portal warum auch wenn wir die gegnerin sind halt nicht so solange nicht zweimal hintereinander ist ja der sex zu dir und dann kann glaube ich doch nicht so aus wie zwei ich weiß nicht aber auch wo ich hingehe weg von mir vom weg wird die saue reingelassen so kommt die sauer wo kommt die sauer ich tritt ich tritt ich bin noch nicht da war explodierende ich nehme an der sammeln leute mein wenn die dafür leute sammeln ich muss ja unglaublich stark naja davon exkursionen auf der zeit so viel spaß immer um mich herum das will ich immer so viel spaß und excitement überall erfülle ich immer wenn er das erste mal so eine sitzung für afro haben wir keiner weiß ja so eine sitzung für afro haben wir kann da so viel schwarz ich bin hier so weit von besudelter jünger wir sind die tränke ausgegangen war überhaupt das so geschild zu sagen wir sind die tränke ausgegangen wie so weit man hat mich da getötet was kam sah und siegte ja sind albtraumportal die sporn die wahl ich glaube ich da eigentlich wieder ein hat feuriger jünger ich habe dafür temperament hat der ist zu viel chili soße deshalb spuckt der feuer nicht so einer ein blinder priester ich glaube wir sind hier ein bisschen über vor da wenn wir da noch um abschließend ja ja ich bin da kommen wir ja ich bin da die feuerkugel mit dem lebensfall vielleicht ich bin auch genau ja wohl leider ein paar von euch wesens blöde feuer tübe ich lebe es ich schenkt ab mir mein gesicht da funktioniert nicht ich krieg sie mich dauernd den türen ich habe keine tränke nur weil sie da wenigstens gibt schilder bekämpft ich sehe nichts wegen dem ersten ich drücke ein bisschen runter ok das tut was wir an rassel trinke ich muss jetzt mal die kaputt naja jetzt kommen die portal ok ich würde nicht noch mehr von diesem feuer eine falle keine falle auch keine falle ich bin das regimen selbst es gibt noch so viel wo es sich zu leben lohnt ich weiß wie dein leben aussieht an ich kann das nicht bestätigen ich will ein kleines so ein feuertyp ich brauche zeit und ändern die wand und rosen runter das noch bacher ja ich sehe auch rein du kannst dich beschwören ja ja ich muss mal mehr mehr wollen mehr wollen ich noch mal sprengen deutsche der stecke wo sind welche ausmacher ich glaube nicht paragon punkt jetzt mal wenn mein papa irgendwie so sagt mir fehlt das sind das sehr hofft weil jetzt voll chaos überall hat man nur toten schreien dann einfach so ich muss warten folge ich brauche mehr wut wenn ich das gibt es wenn ich jetzt den ein gift widerstand noch kriegt dann habe ich 69,9 erfahrung gibt es doch niemals glücklich sein ja alle reinziehen ja dann kann ich ja genau reintreten hier sind eine menge gegner portal flexibel ist dämon schlachten hey dinger versoren boden ich will stein ich höre wieder mit einem hilf schreien ich muss man aber bau zu klaut stein abzugeben ich weiß ich weiß schon zeug dann sieht man so wie der bahn sich rasiert ich war so rum ich bin einfach nur hier am rumba bahn sieht man so wie der dann lange ist es ja ich muss den brief lesen hier kommt aber eine reife prüfung ist nicht heilig hier demokratie auf unserer seite ja dann kommt der glor reichige blüte sie ja 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 ein schaden ne ne nicht wirklich kann er nicht wohl dann wird gar nicht von den betroffen nicht genug weil ich nicht irgendwie zurückhalten kann ja noch neu tränke haben wir sind schon gemacht ich bin wieder voll naja ehrlich bleibt vom portal noch sind fertig wir sind fertig jetzt habe ich alle drei löwen auf stufe 20 mit dem zeugwerk mit dem zeug die zwei staaten blutung durch zu fleisch laufen kann alle vier sekunden nur ein gegner betroffen werden